Hallöchen liebe Leute und herzlich willkommen hier heute mal zu einem Infovideo der etwas anderen Art. Ja, ich habe jetzt lange überlegt und bin jetzt eigentlich so zu dem Schluss gekommen. Ja, die Let's Plays von mir werden, das sind wir alle gestoppt und es wird wahrscheinlich jetzt vorläufig keine neuen Videos jetzt mehr geben. Nur noch ab und zu kommen jetzt ein paar Videos, zum Beispiel Real-Life-Tutorials oder ab und an mal ein, zwei Let's Plays von einem Spiel. Aber auf jeden Fall keine großen Projekte mehr, jedenfalls das war vorläufig. Ja, der Grund, ja, ich habe irgendwie keine richtige Lust jetzt mehr und es wurde dann auch langsam ein bisschen zum Stress, wenn du jeden Tag so ein 15-Minuten-Video raushauen musst. Am Anfang war es kein Problem, da hast du eine wahnsinnige Lust drauf gehabt. Aber wenn du dann immer so monatelang das machst und nie so einen richtigen Erfolg hast, wenn dann so ein Mieter zum Beispiel jetzt nach fünf Tagen, was oben ist, zwei Aufrufe hast, eine davon bist du selber und der andere, der hat einen Daumen nach unten gegeben. Ja, mal im Ernst, hast du dann auch keine Lust, dich wieder zwei Stunden hier vor die Kiste zu setzen und dann ganz fröhlich im Let's Play zu spielen. So, kommen wir aber jetzt erstmal zum LG4 Gaming LP, sprich zu unserem Let's Play Together Kanal von Max, also Let's Game Forever und ich und ein paar anderen ab und zu mal. Da werde ich natürlich weitermachen, das macht mir auch Spaß, das mache ich auch weiter, das läuft auf jeden Fall weiter. Also, da haben wir auch schon wieder neue Videos aufgenommen, auch im Let's Play sogar so Half-Life 2. Das ist also kein Ding, das machen wir. Bloß eben jetzt hier mein Kanal ist jetzt ein bisschen, naja, wird so langsam aber sicher etwas schwächer von Videos her. Also, Let's Play ist wirklich nur mal, wenn ich wirklich Bock drauf habe und nicht irgendwie große Projekte mit 50 Videos, wo da schon nach der 20. spätestens nach der 20. Folge keine richtige Lust mehr hast. Außer es ist wirklich so ein wahnsinniges Spiel. Nun, naja, das ist sehr selten. So, naja, also Real Life kommt auf jeden Fall. Da habe ich jetzt auch schon, ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade, ähm, das Video vom Sommererlauf von Real Life. Das, ähm, habe ich dann fertig, das wird auch hochgeladen, auch für Praktikum, das ist Teil 2, das schneide ich auch noch, das ist kein Problem. Tutorials werde ich ab und zu mal machen. Ja, und wie gesagt, mal ab und zu mal ein paar Let's Plays, aber wirklich nur, wenn ich mal richtig Lust drauf habe. So, und das war es eigentlich jetzt schon, das wollte ich jetzt nochmal kurz sagen, dass ihr euch jetzt nicht einfach wundert, warum jetzt keine Videos mehr kommen, weil ich mag irgendwie solche Kanäle nicht mehr, die irgendwie immer ständig Videos gemacht haben und auf einen Schlag kommt, die Jahre nix mehr. Äh, sowas mag ich dann irgendwie nie und deswegen habe ich mal so kleines Infovideo jetzt mal gemacht. So, das war es jetzt eigentlich. Ähm, wie gesagt, das war jetzt das letzte Video. Keine Angst, so weit ist es nie. Hört mich ja auch weiterhin auf LG4 Gaming LP. So, ähm, ja, das war es, ne? Trotzdem erstmal von den paar Leuten, die mir immer zugeschaut haben. Vielen Dank fürs Zuschauen, äh, ja, auch für die paar Hänseln, die mich abonniert hatten oder noch haben. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es noch mehr wird. Mehr wird als 35, äh, weiß ich auch nicht. Seit einem Monat ungefähr kommen keine neuen Abonnenten mehr rein. Ja, da hast du dann irgendwann auch keine Lust mehr. Die Aufrufzahlen sind weg. Ähm, naja, gut. Ich weiß nicht, irgendwie, was ich falsch gemacht habe. Ob man mich irgendwie nicht findet oder was. Keine Ahnung. Aber gut, jedenfalls wollte ich es nochmal sagen. Das war es auf jeden Fall. Und tschüssi, bis zum nächsten Video. Na, tschüss. Euer Eric Gaming. Euer Eric Robert und D 그럼 dass ihr Antonio gef Liquor liebt. Und jetzt, wir lernen Was. Wenn du daraufkat Dollar taphst ان wir nicht. Wir nehmen Wesen. Ciao. Wir denken, wir machen, wir haben. Lager montag.